Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier wieder zurück zu Coral Island. Und ja, wo sind wir stehen geblieben? Ähm... Ach genau, hier. Wir können endlich wieder ernten. Doppelte Ernte, ist das schön. So, und das ist noch nicht fertig, schade. So. Die Blätter können jetzt erstmal weg. Hoffentlich gut Geld. 136, 108. Oh, okay, gibt's schon Geld. Ja, 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 ja. Gibt Geld, gibt Geld. So, mein Häuschen hier ist noch nicht fertig, leider. Aber egal, wir können erstmal in den Hühnerstall. Können uns um unsere Enten kümmern. Und um unser Huhn. Äh, um unsere Hühner. Nein. So. Da, Gubbert. Mach Platz, danke. So, Essen für die Hühner, für die Enten. Alles ist da. So, der Rest, ja, das dauert halt noch. So. Okay, wunderbar. Und, äh... Können wir auch verkaufen. So, wir haben Montag. Ich hab noch einen Skidpunkt zu vergeben. Stimmt, da war was. Artefaktfundgrube, doppelte Anzahl an Artefakten. Doppelt so viele Gegenstände und... Doppelt so viel Seetang. Doppelte Anzahl an Gegenständen. Finde ich, lohnt sich eher. Gut, so, dann, äh, können wir rein theoretisch, rein praktisch, rein, äh, statisch, rein, ach, keine Ahnung. Hä? Nein. Der falsche. Übrigens, ich weiß jetzt mittlerweile, wo der, äh, Weihnachtsmarkt ist. Oder wo das Weihnachtsevent gewesen wäre. Am Strand. Meine Freundin hat's gespielt, hat mir dann gezeigt, ach, da ist es. Hm, super. Das Blöde ist natürlich für euch, ihr habt's wahrscheinlich schon zigtausendmal in die Kommentare geschrieben. Und ich, Idiot, ich hab natürlich schon voraufgenommen. Also, die Aufnahmen erfolgen jetzt noch im Februar. Ihr seht ja, welchen Monat wir sind, ne? Das heißt, also, es ist nicht ganz so leicht, jetzt gerade hier, äh, aktuell zu bleiben, beziehungsweise, äh, aktuell hier einen Kommentar zu schreiben. Aber, ich lese trotzdem euren Kommentar. Und wichtiger noch ist, wenn ihr einen Kommentar schreibt, ja? Ja, ihr helft ja nicht nur mir damit. Gegebenenfalls helft ihr auch Leuten, die genauso vor der gleichen Herausforderung stehen und vielleicht dann in eurem Kommentar die Antwort finden. Das ist halt das Wichtige. Also, das dürft ihr niemals vergessen, ja? Ihr schreibt die Kommentare nicht nur für mich, nicht nur für den YouTube-Algorithmus, sondern für uns als Community, Community, beziehungsweise, wie ich sie nenne, Trommunity. Ah, perfekt. So, weil wir jetzt hier schon alles, äh, eigentlich fast weg haben. So. Das ist jetzt hier wirklich die gute Frage, wo gehe ich jetzt erstmal lang? Wahrscheinlich blockiert hier wieder irgendwas den Weg her, war ja klar. So. Wunderbar. Weg ist blockiert. Es ist so typisch, dass hier immer der Weg blockiert ist. Ich hatte noch keine doppelten Items, oder? Na, doch, habe ich erwischt. Die See-Anemone, die fangen wir natürlich ein. Weg ist blockiert, habe ich gesehen. So. Hier unten sind auch noch Sachen. Wollte gerade sagen, da oben kann jetzt nichts mehr sein. komm raus, aber gut, das macht er auch. So, dann kann ich jetzt endlich hier lang und dann das Ding da finden, ey. Du bist hier. Ja. Ja, das ist der Weg. Das ist der Weg. Wunderbar. Gut, hier finden wir also das nächste Teil. Irgendwo hier. Was ich ja schon in den letzten Parts immer gesucht habe. Wie blöd. Die Frage ist, wo geht es lang? Geht es einmal komplett rum? Ich denke mir mal, weil mich das Spiel ärgern möchte. Ja. 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 war klar. War klar. Ich sag euch, das Spiel will mich ärgern. Kisten haben wir genügend. Das ist schon mal gut. So, da unten kommen wir wahrscheinlich nicht lang. Ja, ich habe hier gleich alles. Ah doch, das war eine doppelte Kiste aus einem. Das ist doch schön. Aber jetzt zweifle ich gleich wirklich an meinem Verstand. Wow. Also ich habe jetzt hier alles leer. Alles. Das Einzige, was jetzt hier noch sein kann, wäre... Sind hier die Ranken. Doppelter Fang. Und er geht da oben lang. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Ich muss hinterher. Ich würde gerne schneller schwimmen können. Ja, danke. Danke, liebes Spiel. Danke. Da hinten sind die nächsten zwei. Und dort aus können wir dann wahrscheinlich hier runter. So. Ja, 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 ja. Wobei es mich jetzt gerade schon wieder wundert, dass ich hier wieder so viel Glück habe. Nämlich gar keins. Oh. Okay, da haben wir schon mal einmal Glück. Komm. Den wollen wir doch hier noch leer kriegen, ja? Ja, nee, ist klar. Geht er hier oben lang. So. Ist hier alles blockiert. Okay. Jetzt muss es sich ja lohnen, ne? Dass es hier blockiert ist, ne? Der Weg ist blockiert. Wo? Wo? Ist nichts mehr blockiert. Ja, danke. So. Das ist dann auch abgeschlossen. Dann gucken wir jetzt. Ah, hier finden wir noch eine Seeanemone. Niedrige Ausdauer. Ist mir jetzt gerade erstmal noch ein bisschen Jacke wie Hose. Da sind nochmal die Ranken. Okay, dann machen wir jetzt hier erstmal den Haken hin. Haken an die Sache und hoch. Ich glaube, das wird ein richtig gutes Fest diesmal. Ui, falsche Richtung. Na, erstmal hier hin. Da hin. Zwei Kisten, 13 Kisten, 3, 3, 2. Boah. Ah. Batterien nehmen wir auch mit. Ah. Was kam da rein nochmal? Grüner Tee. Was habe ich da für Tee? Teeblätter. Nehmen wir mal ganz kurz die Teeblätter und grüner Tee nur. Naja, gut. Versuch, war es wert. Versuch, macht klug. Ah. Ich habe feiner vergessen, hier was zu gießen. Birnen weg. Gießkanne raus. Ganz wichtig, gießen. Natürlich mal wieder den geilen Anzeigefehler. Aber egal. Nehmen wir alles so hin, wie gegeben. Machen unser Inventar leer. Fürs nächste Mal. 2 Stunden extra Ausdauer. Sollte eigentlich unten im Wasser reichen. Geh zu Bett. Tierzucht. Käsepresse. Heuschild. Ein Fähigkeitenpunkt. Yay. Nice. Passt ja. Kriege dann jetzt Kühe. Wahrscheinlich. Eine Käsepresse. Why not? Schneeheglöckchen. Weißröckchen. Jetzt habe ich dich auch. Schön. Das ist schon mal gut. Dann haben wir das auch erledigt. Dem Winter. Geht uns nur der Frühling. Dann werden wir natürlich das billigste OT-Samen erhalten. Käseamen brauchen aber viel zu lange. So ein Frühjahr. Weil wenn wir das alles fertig haben, erhalten wir ein Gewächshaus. Und was erhalten wir hier? Eine Grabungsstelle. Okay. Was erhalten wir hier? Warb Sesalien frei. Ich habe das große Enten-Ei noch gar nicht gespendet. Die Savanne. Wo ist denn die Savanne? Ähm. Das passt. So. Dann gehen wir mal ganz kurz zu den Eiern. Oh. Meine Scheune ist fertig. Ich habe noch einen Skillpunkt erhalten. Doppelt so viele Tierprodukte zu ernten. Jawohl. Leider keine großen Enten-Eier, aber Enten. So. Wir haben Dienstag. Das heißt, das Geschäft müsste aufhaben. Ah. Wir geben erst mal ganz kurz was zu essen. Schauen wir erst mal rein, wie das hier aussieht. Ach du meine Güte. Kann reinlaufen. Ich kann nicht durch das große Tor raus. Ich glaube es nicht. Das ist doch ein Witz. Why? Da fühle ich mich doch vom Spiel auf den Arm genommen. Halt. Das rüber. Ach, die habe ich noch nicht gespendet. Genau. Der Schmied hat heute auf. Das heißt, das kann ich mitnehmen. Dann kann ich noch zu Ling gehen. Nehmen wir einfach mal alles mit. Teesamen wächst in elf Tagen. No chance, dass ich das jetzt fertig kriege. Ne. Keine Chance, Leute. So, dann sorgen wir uns mal ganz kurz um unsere Tierchen. So. So, dann haben die es auch warm. Ein ganz wichtiger Aspekt, dass sie es warm haben. Gehen erst mal zur Stadt, gehen zu Ling. Gehen erst mal zur Stadt, gehen zu Ling. Heftigen, kostet 15.000. Ja, lecko mio. Rezept. Automatisches Streicheln und Sammler. 15.000, ey. Die Dinger hier sind auch heftig. Stabiler Computer, wofür der auch immer ist. So, dann gucken wir mal. Was können wir davon schon mal abgeben? Alles ist schon mal eine Ansage. Finde ich gut. Alles finde ich perfekt. Können wir jetzt zum Schmied gehen. Ich meine, beim Schmied hätte ich noch die... Halt, habe ich schon eine goldene Spitzhacke? Weiß jetzt gar nicht. So, und jetzt erst mal hier schön aufmachen. Oh ja. Glasstern, Silberner Seetang, Glasschüssel, Müll und Handfecher aus Holz. Werkzeug aufwerten. Goldene Spitzhacke habe ich noch gar nicht. Die muss ich noch machen, bevor ich dann mal wieder in die Mine gehe. Hartholz, Goldbarren. Okay. Hartholz, Goldbarren. Na, machen wir das doch erst mal noch. Aber erst mal zum Museum. Machen wir jetzt bestimmt wieder einiges zum Abgeben. Hoffe ich. Ist gar nicht so viel zum Abgeben. Das war alles. Oh Mann. Ich hätte jetzt echt mit mehr gerechnet. Gut. Dann, ja. Jetzt zurück zu Farben. Ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trohard Rhein. Tschö, tschö. olberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberber Bis zum nächsten Mal.